Hallo liebe Camper, heute begrüßen wir euch vom Campingplatz Little Sedma in Folkestone, unweit von Dover in Südengland. Von der sehr engen Nebenstraße biegt ihr direkt durch das Einfahrt-Tor in die vorwiegend von Dauercampern genützte Anlage ein. Neben dem Rezeptionsgebäude findet man das Areal für Tagesgäste. Ihr erreicht es auf asphaltierten Wägen. Die Wiesenstellplätze sind nicht voneinander abgegrenzt, eben und verfügen über je einen eigenen Stromanschluss. Ihr benötigt hier den blauen CE-E-Stecker. Großzügig bemessen ist auch die gepflegte Zeltwiese. Auf dem Areal stehen zwei Sanitärgebäude zur Verfügung. Diese sind zwar etwas älter, aber sauber und gepflegt. Warmwasser ist hier gratis. Ihr findet hier mehrere Müllentsorgungsplätze, sowie einen gepflegten Wohnmobil-Servicebereich. Für Kinder gibt es einen kleinen Spielplatz und im Zeitalter der Handys nur mehr selten anzutreffen, eine Telefonzelle. Der sehr liebevoll angelegte und saubere Campingplatz ist nicht zuletzt wegen der Nähe zu Dover und der Fähre ein guter Ausgangs- oder Endpunkt für Englandreisende. Der ist das Zeitalter der Handyser. Der ist das Zeitalter der Handyser. Vielen Dank.